Ein Mann droht seiner Frau mit Scheidung, wenn sie den Niqab nicht abnimmt. Er straft sie, indem er schlecht gelaunt ist, sie nicht mit rausnimmt und sie auch nicht zu Schwestern lässt. Was kann man der Schwester raten? Es ist so geworden, umgekehrt geworden. Statt diese Brüder stolz zu sein, dass seine Frau Niqab anhat, der macht diesen Zirkus, weißt du? Und wenn das von Kuffar kommt, das kann man verstehen, weil die Kuffar sind, der hat nicht richtig Islam verstanden. Nicht nur Islam, aber auch nicht ihre Religion, was sie auch folgen, in Klammern, nicht auch verstanden. Weil im Christentum ist auch Niqab, ist auch im Judentum auch in Niqab. Und auch bei alten Diktatoren sogar, haben sie auch nicht mit Religion zu tun. Trotzdem, nur darf ich nicht seine Frau sehen. Aber dass das von einem Bruder kommt und droht seine Frau, dass die Niqab abmacht. Und ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Also ich kann nur sagen, dass die Schwester Mughaladi, Mughaladi, also Beistimmungen helfen. Weil es gibt jetzt Schwester, die Männer geworden sind. Es gibt manche Brüder, die Frauen geworden sind. Obwohl man hier unter Druck lebt. Und von Kuffar und auch, wenn das auch extra von dann man auch kommt, ist noch schlimmer. Ich kann nur sagen, Mughaladi, also Mughaladi, diese Brüder auch recht leiten. Mit seinen Gedanken, was er auch macht. Normalerweise sei stolz, dass du solche Frauen auch hast. Und nicht, dass du solche Frauen, die viel Frosche, also auf die Straße laufen. Bei so Sachen, ich kann gar nicht sein. Ich kann nur sagen, Mughaladi, ich kann nur sagen, dass ich damit die Schwester, Standartigkeiten schaue also geben. Und auch einführt die Einladung. Allahui Tanemah. Bartha Bawafi. und rizzakum Allah khair Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh